Lieber Herr Scheurer, wir sind jetzt hier zwischen Oberfischbach und Rettert und man sieht auf der linken Seite, da hat sich ein schwieriger Verkehrsunfall ereignet. Ja, richtig so. Das ist die Bundesstraße 274, kurz vor der Ortslage Rettert an der Abfahrt Berndroth. Hier kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Kleintransporter. Die beiden Fahrzeuge sind von der Fahrbahn abgekommen und sind im Feld gelandet. Beim Eintreffen der Feuerwehreinheiten von Allendorf, Katzenellenbogen und Rettert war der Fahrer des LKWs bereits aus dem Fahrzeug ausgestiegen und war erstmal augenscheinlich unverletzt. Der Fahrer des Kleintransporters lag neben seinem Fahrzeug und wurde durch Ersthelfer, die an der Unfahrtstelle vorbeikamen, schon betreut. Der schnell eintreffende Rettungsdienst konnte dann die weitere Versorgung des Verletzten übernehmen. Jetzt habe ich gesehen, vorne an steht auch ein Rettungshubschrauber. Ja, richtig. Das ist der Christoph 23 aus Koblenz. Zurzeit wird die verletzte Person aus dem Kleintransporter noch durch den Rettungsdienst betreut. Und ob diese Person durch den Rettungshubschrauber verlegt wird in ein Krankenhaus, ist zurzeit noch nicht bekannt. Herzlichen Dank. Gerne.